Hallo und herzlich willkommen liebe Spielefreunde. Hier ist wieder euer Mel und wir spielen heute Starpoint Gemini 3. Ganz neu, ganz früh hier auf dem Markt. Wir gucken uns das Ganze mal an, machen vielleicht ein Display dazu und starten einfach mal. All right, what is it, Ada? Mm, yes. Thank you, Captain Bold. Now, I have some doubts regarding our location. Oh? What kind of doubts? The worst kind, Captain. The Sea of Sorrow is an uncharted area full of pirates and other assorted scum and villainy. Precisely who we're looking for, and precisely who we want to join. We do, sir? Did we vote on that? Don't be silly, Ada. As if you'd ever vote against your Captain. Oh, as if, Captain. Da haben wir gerade den ersten Kontakt zu unserem Boardcomputer hergestellt, deren Name Ada ist. Äh, sie scheint etwas launig zu sein. Naja, warten wir mal ab, was da kommen wird. Da haben wir mal ab, was da kommen wird. Da gehen wir, was da kommen wir mal ab. ... ... ... ... ... ... ... Wie ihr sehen könnt, sind meine Flugkunsten natürlich die besten der Galaxis, diese Asteroiden standen nur zufälligerweise weg. Und da finden wir unseren ersten Brewpint. Ja! Ja! Aber ich habe keine Augen, Herr. Ich habe Sensors. Ravenna Black. Ravenna Black, Herr? Die Frau von Korvus Black? Die Blackest, Herr? Ja. Die größte Charme. Ja. 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 Ich bin, ich. Sie ist mit jemandem. Wird, Captain Fold. Three ships, Captain! Three pirate ships, arm to the teeth. Ravenna? Was ist die Wichtigste? Money? Ich bin sorry, aber auch sehr wie ich Sie, ich liebe mehr Geld. Aber ich habe keine Geld mehr. Wichtig. Das stimmt. Ich bin? SOMEBODY WANTS ME BAD? Und zurück. Zurück, Jonathan. Sie haben uns ausgesucht. Ich denke, ich. Na, es ist wichtig. Es ist wichtig. Was ist wichtig? Wer ist es, der mich will? Eine Frau, Rosa Stamatina. Ich glaube, sie möchte dich heiraten. Rosa St... Oh, das ist das. Keine Sache. Captain, sie ist schrecklich, Jonathan. Jonathan? Es kann nicht so schlecht sein, jemanden so reich. Sie will nur mich für meinen Namen. Keine Sache, Ravenna. Wir kämpfen. Sei rechtlich, Jonathan. Wir kämpfen. Und so schnell wird aus einem Treffen, in dem wir eigentlich den Piraten beitreten wollten, auf einmal ein Verrat der Piraten. Jetzt geht es um unsere Haut. Wir gucken mal, wie weit er wieder rauskommt. Wir können nicht mehr nehmen. Wir sind die Escape Pod. Wir gehen nach unten. Ah, das ist ein Scratch. Wir können alle schützen. Wir werden all den Garoten. Wir werden alle schüken... ...dwissen deine Schüge. Drogen! 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 The more you fight, the more I'll hurt you. Dammit! Fusty little things. Well, great. Where will you learn? Surrender, Jonathan. You're worthless to me, Dad. We are heavily outmatched, sir. Can I suggest we run and hide? Come on, we can take them. We cannot, sir. It's only a matter of time before we explode. Ah, fine. Fire at will! Bye! Das war's für heute. Wir können durchatmen. Wir scheinen dem Piraten entkommen zu sein. Wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Teil. Lass doch ein Abo da, dann kriegst du eine Benachrichtigung, sobald er da draußen ist.